Hallo YouTube! Herzlich Willkommen zu meiner Reaktion auf den Ellenringen Trailer in 1... So alt! Okay, wir bleiben ruhig. Oh, er mit seinem Kacksperr. Mock. Oh mein Gott, dreht sich das nur um ihn? Das wäre so sick. Ich finde, er ist so ein Undercover-Boss. Wirklich. Gibt ja auch dieses Easter Egg, dass wenn man vor der Hand so ein paar Moves macht, dass sie dann nochmal was... Aha. Okay, jetzt geht's ab, Freunde. Reiten. Reiten. Galopp. Was ist das? Ist das ein neues Sperr? Ist das eine neue Waffe? In so Trailern sind immer... Die detailliert sind das, Leute. Ihr müsst auf die Klamotten. Das ist ein neuer Boss wahrscheinlich. Das ist eine neue Area. Bra. Wow. Wow, er sackt ihn auf! Okay. Ja, aber es ist ja einiges dann. Bra, er rastet völlig aus. Der ist ja geil designed. Wie heißt dieser indische Gott? Mit diesen 3-4-A. Neuer Spell. What? Man kann einfach Martial-Arts-Fam, Alter. Es gibt dieses Dreischuss-Armbus. War das jetzt mehr? Digga, ich muss mir das achtmal angucken. Was zum Fick geht da alles ab? Das sind so viel... Das ist so viel neuer Input. Okay, der Atze ist safe, der Endlegner vom DLC. Das ist einfach... Melanias Bruder, Alter. Oh mein goodness. Ich hoffe, die machen einen Boss, der noch viel kranker und schwerer ist. Als Melania. Malanias Shadow of the Earth Tree. Nice. Das war mein Discord. Entspannt euch. Okay, sick. Ja, für PlayStation 4. Ja! Ja, Mann, für Konsole. Okay, nochmal. Hä? Okay, ich refresh. Ich refresh. Oh, das ist jetzt mit im Countdown. Okay. Also, wir gehen da jetzt ein bisschen langsamer durch. Ich stoppe einfach ein bisschen. Untertitel machen wir mal arabisch. Ich hoffe, es kommt für Switch. So, Chat. Hier hättet ihr eigentlich hopp hopp bereiter machen können, ne? Seid wieder ein bisschen... Noch nicht wach, ne? Sehr gut. Oh, die Windows-Leiste. Sorry. So, jetzt meine Cam ein bisschen... Warte mal, ich stelle mal um auf die Ellenring. Das ist besser für Untertitel. Ignoriert die... Ah, ne, das ist doof. Ne, wir machen das wieder hier. Aber... Ja. Kann ich den Untertitel unterschiedlich groß an... Leute, ich bin so scheiße im Reacten, aber... Ach komm, scheiß drauf. An sich ist ja eher interessant, so zum Beispiel... Ist das eine neue Armor? Sieht aus wie eine überschwere Armor. Und ist das eine Kanone, die schießen kann? Das frage ich mich zum Beispiel in diesem Moment. Warte mal, im Hintergrund. So, ist das eine neue Waffe? Die hat mir auf Anni... Generell auch ein neues Rüstungsset? Es gibt ja so viel. Gefühlt hat man es schon mal gesehen, aber man ist sich nicht ganz sicher. So, was ist da zum Beispiel im Hintergrund? Das ist ein neues Gebäude, oder? Oder ist das eine Arena? Ne, diese Säulen kenne ich nicht. Das ist ein neues Gebäude. So, das ist auch safe ein neues Gebiet. Und das ist vielleicht ein NPC mit einer Quest. Oder halt irgendein Boss-Encounter. So, und das sieht nach Akademie aus. Wahrscheinlich gibt es in der Akademie dann einen neuen Abschnitt oder so. Ähm, nach Rinala oder so. Das ist ja wohl ein komplett neues Gebiet. So ein Sumpf. So ein verfluchter Sumpf. Guck mal, wer sind die? Das ist locker Lore. Wer sind die? Omas Abmorgsen, ihr seid doch echt. Das sieht, das sieht wild aus. Das ist 100 Pro. Dann auch so ein Abschnitt, wo man von Topf zu Topf springen muss und so. Um irgendwo rüber zu kommen und so. So, und das könnte Vulkanum Männer sein. Also vielleicht, ne? Ob es die Lava, keine Ahnung. Also, weil es sind jetzt schon so viele Biome gefühlt. Das kann doch nicht alles ein Gebiet sein. Da sind wieder diese Säulen. Hier. Ja. Was sehen wir noch? Da oben ist richtig Cursed. Und hier ist der Earth Tree. Ist hier dieses Loch, was in den Boden gerissen wurde, nachdem man Radar besiegt? Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist das da. Weil hier ist halt so ein tiefer Krater. Ja, nee, ja, ja, vielleicht. Der Meteor schlägt doch ein. So, das. Ich muss sagen, das Boss-Design holt mich jetzt nicht so krass ab. Von ihm hier zumindest. Digga, hier sind Leute drin eingesperrt. Ich dachte, das wäre... Oh mein Gott, okay. Alles klar. Das ist natürlich... Also, nee, ich kann nur falsche Dinge sagen. Aber, also danach geht es einer Person besser, der anderen nicht. So, und der Boss erinnert mich an so, ähm... Ja, sorry, bin ich jetzt kulturell gar nicht drin. Aber, was ich so... Das irgendwie auf, auf, ähm... Festen im, im chinesischen Raum, äh... So mehrere Leute so ein Drachenkostüm tragen. Ähm, ich, ich hab... Sorry, mir, mir fehlt's da voll an Knowledge. Ähm, so ein, genau so... Ich glaub, zu Neujahr oft oder so. Und dann dancen die ja richtig heftig ab mit diesem Drachenkostüm und so. Ähm, aber da muss man auch aufpassen, dass man Drache und Löwe unterscheidet, weil ich glaube, die, die, äh, stellen das ähnlich dar. Aber diesen Vibe gibt mir dieser Boss. Guck mal, der... Guck mal, da sind zwei Dudes drunter. Seht ihr das? Also, obviously ist da einer drunter. Aber die stehen aufeinander. So, hier sind Füße, da sind Füße. Ey, ich lieg voll richtig. So, warte. Jetzt eben hat man's voll gesehen. BÄB! BÄB! Guck mal, der steht auf dem anderen. Da! Der steht auf dem. Lol, das muss ja so... Dieser Bossfight. Man denkt dann, für einen selber ist der Bossfight anstrengend. Aber für die Dudes, die müssen ja andauernd ihre Positioning und alles ändern. So, und ja, hier gibt es wahrscheinlich 10 Millionen neue Blitzwunder. Igelei Hanno. Ja, ich habe die Käse im Augen gesehen. So, und der Boss? Na, der ist ein bisschen fruity. Aber der hat auch, also, heftiges Auftreten, finde ich. Guck mal, der hat ja auch zwei Schlangen, oder? Ja, ich glaube, hier oben ist auch dahinter ein Schlangenkopf. Und, ah, ne, nur zwei Arme. Aber was ist das für eine kranke Waffe? Da gibt es so Drachen-Vibes. Hier sind so Flügel. Und offensichtlich hat er auch so einen Saal. Junger Raikard. Uh! Ja, generell irgendwas Vulcano-Männer-mäßiges vielleicht. Lore-technisch angesehen. Ja, da ist noch der zweite Kopf. Aber es könnte eine Schlange sein mit zwei Köpfen. An dem Ende. Junger, wo scheißt die denn dann? Naja. Aber der gibt mir coolen, äh, cool, coole Vibes. Mikella ist der Blonde. Wat? Er hier. Das ist Mikella. Mikaela. Mockstab. Nee, der hat einen Dreizag. Mikella ist ein Background-Charakter in Elden Ring. It is speculated. Mikella will play a part in the Shadow of the Earth Tree expansion. Okay, crazy. Ja, da bin ich gar nicht drin. Mikella, the brother of Malenia. Es war kein Joke von euch. Oh mein Gott, er wird uns heimsuchen. Ich hab richtig Bock auf einen noch schwereren Boss. Wobei, ich find es richtig nice, dass der schwerste Boss in allen Teilen Malenia ist. Malenia? Malenia? Ich denk, ich krieg's einfach nicht an. Es tut mir so leid. Ähm, weil das ist einfach so ne, so ne richtige, so ne richtige Girl-Boss. Weißt du, wie ich mein? Das feier ich. Er sagt's immer noch falsch. I can't. So, aber warte. Hier, das ist jetzt super interessant, weil das neue Moveset, so ein Weapon-Arts vielleicht. Guck mal, er hält die, äh, Säbel verkehrt rum. Ja? Er hält die so, dass die nach unten gehen, wie so in einer Messerstecherei. Bin ich kein Profi. Guck dir das an. So, da Messer werfen, aber obviously als Waffe. Und es staggert den Gegner richtig krass mit viel Poise-Damage. Das ist ja übel geil. Junge Dagger-Thrower. Stellt euch vor, es gibt so zwei Dagger, die kann man als Weapon-Art throw'n, aber halt ohne Munition. Und krass viel Poise-Damage, wär für PvP ultra geil. So, das hier ist auf jeden Fall ein neuer Spell, hier mit schönen Schmetterlingen. Scheinlich übelste AOE, übelste AOE-Bombe, ja. Und das, meine Damen und Herren, was ist das bitte? Was ist das? So, und jetzt kann man anschauen, das war vielleicht der Kessel vom Anfang, dass man einfach Bomben schmeißen kann. Also, richtige Feuerbomben. Nicht diese kleinen HE-Nates à la aus Dark Souls, sondern richtige Feuerbomben. So, und die Armbrust feuert nochmal ein paar Mal häufiger als dreimal, ja? Digga, wenn da irgendjemand Sleeping Arrows reinlädt, ist doch Ende! Das können die nicht ernst meinen. Aber wie geil ist das Amor-Set? Das Amor-Set gibt mir so geile Vibes! So, irgendwie, wenn Darth Vader in einer Paralleldimension in Elden Ring stattfindet, und er hat einen Bruder, der so einen richtigen, der so einen, so einen Executor, so einen, ja, so einen Headhunter, aber halt so einen, den rufst du an, und der, der erledigt's. Wisst ihr, was ich meine? Bro, was ist das? Darth Lappensep. Lattensep. Darth Lattensep. So, aber was war das? Ist das ein neues Mount? Der Mountenhalter aus Game of Thrones, true. So, das... Digga, guck mal, er hat das an! Das ist vielleicht ein Buff oder so, den man... Oder auch eine Weapon-Art. Guck mal, der hat da Krallen! Der hat da Krallen! Das ist vielleicht eine Amor. Kenn ich auch nicht, hier mit den Ketten und so. Dass, wenn man so ein ganzes Set hat, dann irgendwie vielleicht wirklich so ein... Oder es ist einfach nur ein Gegner, true. Aber dann ist er geil designt. Aber ich hoffe ja, dass das vielleicht irgendeine... Oh, ne Anrufung, jo. Ja, keine Ahnung. So, das gibt mir... Also, das weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Das ist einfach nur... Da ist einfach der Startcharakter-Samurai gegen irgendeine andere. Und die fechten in einem Blumenfeld. Das ist so irgendwie eher so Sekiro-Vibes, genau. Das ist... Und die sieht auch nicht geil aus. So, was ist das für ein Schwert? Das ist safe auch ein Gegner, weil... Das ist so eine... Eine Wildsau. Ja, das Schwert will ich haben. Ähm... Könnte ähnlich sein. Oh, könnte auch eine Lanze sein, ja. True, das ist eine Lanze. Aber die Weapon-Art, ne mit diesem lilanen... Das ist ja... Lila ist ja bei Elden Ring immer so dieses Gravitationsthema. Ja, zum Beispiel von Radan die beiden... Oder das Schwert, was man bekommt, äh... Hat ja auch diese Gravitationsmagie. Und dann zackt man alle ran, Digga. Und, ne? Uh, da war echt krass. Aber auf was im Hintergrund abgeht, muss man immer drauf achten, ne? Guck mal, hier steckt auch eine Lanze im Boden. Hier auch. So, dann hier ein Riesen-Krokodil. Aber zum Beispiel, was ist das jetzt für ein Areal? Weil das sieht ja unnormal weitläufig aus. Ähm... Crazy. Ja. Crazy. Weil, also, das kann doch... Oder, oder adden die das einfach... Neil fährt ja, true. Kein Krokodil, was laber ich? Jo, hier ein bisschen Startcharakter. Seht ihr mal? Stellt euch vor, ihr ist Spawn und trefft auf das Vieh. Ach, Stachelschwein bist du auch, ja. So, der wirft ein bisschen Bumerang. Der sieht ja ultra weird aus. Digga, was ist das für eine Gestalt? Ich muss sagen, sieht auch ein bisschen wack aus. Einwie so klobig, nicht so detailliert, nicht so schön. Für Elden Ring typisch, finde ich. Aber was geht hier unten dann bitte ab? Das ist ja einfach nur verfluchte Scheiße, ey. Das ist ja wirklich Bloodborne-Vibes, ja? Nee, das ist... Guck mal, der sitzt da drauf. Zu dem kommen wir gleich. Der sitzt da drauf. Das ist nicht eine Einheit. Guck, der hat da richtig Knie dran. Guck. Ich glaube, der sitzt da wirklich drauf. Ich morgens. Rattans Cousin. Das arme Pferd. Halber Hengst. Ja, er hat irgendwie gar nichts mehr. Also, das ist einfach nur kranke Scheiße at this point. Der wie sein Hals länger wird. Ja, das wird safe, der Endboss. Woran erinnert mich die Attacke? Malekith. Ja, Malekith, oder? Der ballert doch auch sein Schwert so im Boden und um ihn herum AOE-Feld und so. Aber ist natürlich obviously was anderes. Kein Darkflame, sondern richtig Feuer-Damage. Aber generell auch Feuer-Theme. Aber zum Beispiel auch, was hat sie für ein Schild? Also, der Charakter. Weil anscheinend Dual-Wielding auch als Waffe ist das so eine Waffe, die man als Schild, aber auch als Sperr nutzen kann. Aber vielleicht auch so als Doppelklinge. Ja, genau, so Shield-Twin-Blade. Wäre ja ultra geil. Und das Armors-Set? Und was ist das für ein Spell? Was ist das für ein Spell? Digga, es gibt doch nur ein Spell, wo man abhebt. Das ist, wenn man von Millennia, 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 Melle, ähm, hier diesen Flower-Ding-Jump macht. Aber das sieht einfach straight up aus wie Kale von League of Legends, Digga, genau. Ach, vom Schmelzt, äh, ähm, Schmelztiegelritter, True. Aber gibt's das schon? Gibt's das schon? Die Attacke? Ja? Nee? May we meet again? Nee? Ja? Nee? Nee? Aber daran erinnert's auch, ja. Okay. Das war meine Analyse zu Elden Ring Trailer Shadow of the Earth Tree. Ähm. Krasse Scheiße. Wann kommt es raus? Steht das irgendwo? Irgendwer meinte vorhin Juni. Oh, hier ist noch After Credit irgendwas? Nee. Kein Datum. 21.06. Super. Crazy, Leute. Da gehen wir rein. Boah, ist aber noch ein bisschen hin, ne? Vier Monate. Vier Monate. Aber vielleicht noch mal zusammengefasst, also, ah, hier sieht man ja vielleicht auch noch mal ein paar Sachen. Also es ist, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein komplettes neues Gebiet ist, ähnlich wie Halleck Tree Gebiet, aber auch mit dem Schneeteil drumherum, bevor man sich hin teleportiert zum Baum selber. Also ich denke, also man hat ja jetzt so viel auch gesehen im Background, das ist kein kleines DLC. Überaltes Plateau, maybe. Ja. Ich fände es geil, wenn, wenn, also in den Dark Souls-Teilen war ja DLC immer ein ganz dedizierter Bereich. Und eigentlich ist es untypisch für Elden Ring, würden sie wieder so einen neuen dedizierten Bereich einfach dazu tun. Sondern ich fände es geil, und das wäre für mich auch passender als DLC für so ein Open World Souls-like, dass man einfach an, also vielerorts, äh, Ereignisse schafft, neue Bereiche schafft. Ähm, aber vielleicht auch einen deutlichen Bereich. Was letzter Preis? 40 Euro? Ja, keine Ahnung. Ähm, so zum Beispiel, ich sprach vorhin über das Areal, wo der Meteor einschlug, nachdem man Radar besiegt, dass da halt Neues entsteht, so auch, ne? Keine Ahnung. 39,99 auf Steam. Ja, dann muss das auch klatschen. Ne? Aber das sah nach sehr viel Inhalt aus. Aber, wird sich zeigen, Leute. Sind wir wieder bei der Preisdiskussion rund um Videospiele. Ähm, aber at this point, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, und schaltet im Stream ein. Ich muss mich hier durchzwingen mit Kevin. Wir spielen auf, wahrscheinlich gehen wir heute hoch auf 400% Leben der Gegner. Ja, egal. Äh, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schaut vorbei. Tschüssi. Latten, Sepp und Hanno, schwache, arme, starke Skills. Hanno und Latten, Sepp, mehr Tode als Kills.